Mit der Depression ist das jedes Mal so eine Sache. Man zählt die Jahre, die Monate, die Wochen oder sogar die Tage, die man noch vor sich hat. Alles eine Frage des Bewusstseins. Sobald sich der Knoten gelöst hat, dieses immens aufgetürften Haufens an Verschlingungen, an Verwirrungen, ist das sofort wieder weg auf einen Schlag. Und man hat wieder Hoffnung.